In diesem Video möchte ich euch ein paar Grundlagen zum Marketing erläutern. Das Problem ist dabei, dass ihr zunächst einmal verstehen müsst, was Marketing ist und dann werde ich euch noch die Marketinginstrumente erklären. Uns wird dabei immer Salvatore begleiten, das ist der Inhaber einer Pizzeria, den kennt ihr schon aus anderen Videos. Als Inhaber der Pizzeria möchte Salvatore natürlich möglichst viele seiner Produkte verkaufen. Aus anderen Videos kennt ihr schon die Unterscheidung zwischen Fertigerzeugnissen, das ist hier in dem Beispiel die Pizzen, die ihr herstellt und Handelsware, das ist ja etwas, was er einkauft und unverändert weiterverkauft. Das heißt also, Ziel ist es von Salvatore, möglichst viel hier davon zu verkaufen und einen möglichst hohen Gewinn zu machen. Jetzt seht ihr schon, dass man da einige Fachbegriffe kennen muss, weil es gibt einen Unterschied zwischen Absatz, Umsatz und Gewinn und dazu habe ich ein eigenes Video für euch gedreht, da könnt ihr euch nochmal anschauen, wo da die Unterschiede liegen. Marketing bedeutet also zunächst einmal nicht mehr als Vermarktung. Jedes Unternehmen versucht, seine Leistung am Markt abzusetzen, das ist logisch. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, brauche ich überhaupt sowas wie Marketing, denn die Kunden sind ja nun mal da und die werden ja unsere Produkte kaufen. Eine Situation, in der sich ein Unternehmen keine Gedanken über das Marketing machen muss, nennt man Verkäufermarkt. So ein wichtiger Begriff, den ihr euch merken solltet, das bedeutet nämlich, das Wort Verkäufer zeigt hier, wer hier dominant ist. Das heißt, wir haben genügend Kunden und unsere Produkte verkaufen sich quasi von alleine. Die meisten Unternehmen befinden sich jedoch in einer Situation eines sogenannten Käufermarktes. Das bedeutet, es gibt viel zu viele Unternehmen, es gibt viel zu viele Produkte und die stehen wenigen Kunden gegenüber. Das heißt, wir haben eine hohe Konkurrenz. Und jetzt seht ihr schon, wo das Marketing ansetzt. In einem Markt, in dem viele Unternehmen konkurrieren, muss sich jedes einzelne Unternehmen Gedanken machen, wie vermarkte ich meine Produkte optimal und muss da eine Strategie entwickeln. Unter einer Marketingstrategie versteht man also die langfristige Ausrichtung. Hier geht es immer darum, dass wir langfristig etwas entwickeln, damit der Erfolg des Unternehmens gesichert bleibt. Das oberste Ziel der Marketingstrategie ist somit immer die Gewinnmaximierung. Mit einer Marketingstrategie wird also versucht, den Gewinn aktuell und auch in Zukunft möglichst optimal ausfallen zu lassen. Neben der Gewinnmaximierung verfolgen wir im Rahmen der Marketingstrategie aber auch noch andere Ziele, z.B. die Absatz- und Umsatzsteigerung. Achtet hier nochmal drauf, hier geht es um die Menge, hier geht es um den Wert, also möglichst viel verkaufen. Oder eben hier eine bestimmte Menge verkaufen und dann zu einem bestimmten Preis verkaufen. Ein anderes Ziel ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades. Ihr seht das hier, wenn man in Konkurrenz zu anderen Unternehmen steht, spielt natürlich der Bekanntheitsgrad eine Rolle. Das heißt, kennen uns die Kunden, wollen die unser Produkt kaufen, weil sie das kennen. Dann haben wir hier die Kundenbindung. Langfristig wollen wir natürlich, dass Kunden immer wieder kommen und Kunden zufrieden sind mit unseren Produkten. Und letztendlich wollen wir vielleicht den Marktanteil vergrößern. Das heißt, unseren Anteil am Markt eben deutlich größer machen. So, ich gebe euch jetzt einen Überblick, wo ihr im Marketing ansetzen könnt. Bitte versteht das Ganze als Überblick. In einzelnen Videos gehe ich auf die einzelnen Teile der Marketinginstrumente ein. Klassischerweise werden die Marketinginstrumente eingeteilt in Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik und Distributionspolitik. Bei der Verwendung dieser Begriffe müsst ihr darauf achten, dass man grundsätzlich von einem Hersteller ausgeht. Jetzt wisst ihr, dass man das Ganze auch auf andere Unternehmensbranchen übertragen kann, also auf Händler oder Dienstleister. Bei der Verwendung dieser Begriffe geht man aber davon aus, dass man ein Hersteller ist, nur damit ihr versteht, dass man das auch ein bisschen anders definieren kann. Wie man es dem Namen Produktpolitik schon bereits entnehmen kann, geht es bei der Produktpolitik in erster Linie um das Produkt an sich. Im Rahmen des Marketing geht es bei der Produktpolitik also darum, ein Produkt zu gestalten, das möglichst optimal auf den Kunden zugeschnitten ist. Werden Produkte verpackt angeboten, bezieht sich die Produktpolitik auch auf die Verpackungsgestaltung. Bei vielen Produkten spielt auch der Name des Produkts eine Rolle. Man nennt dies die Markenstrategie, also die Entwicklung einer Marke, die für das Produkt selber steht. Häufig bieten Unternehmen ja nicht nur ein Produkt allein an, sondern mehrere verschiedene und man nennt dies dann das Produktprogramm. Nun könnt ihr sehen, dass die Produktpolitik sich auch darauf bezieht, wie man dieses Produktprogramm gestaltet, also welche einzelnen Artikel man für welche Zielgruppe oder Kundengruppe herstellt und anbietet. Daher wird die Produktpolitik häufig auch als Produkt- und Programmpolitik bezeichnet. Das hatte ich euch ja eben erklärt. Diese Begriffe stehen ja hier nur stellvertretend. Manchmal findet man eben auch andere Begriffe. Hier dann eben die etwas weitergehende Bezeichnung Produkt- und Programmpolitik. Nun könnt ihr euch in etwa vorstellen, worum es bei der Produktpolitik geht. Wie gesagt, in einzelnen Videos zur Produktpolitik zeige ich euch nochmal die Möglichkeiten, wie man hier ansetzen kann und Strategien umsetzen kann. Ein zweites Instrument im Rahmen des Marketing ist die sogenannte Preispolitik. Diese zielt darauf ab, einen möglichst optimalen Preis für das Produkt zu finden. Sicher könnt ihr euch denken, dass der Preis des Produktes zunächst einmal zum Beispiel die Kosten abdecken muss, die es erzeugt hat. Aber es gibt auch noch andere Strategien. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen mit einem Produkt auf den Markt kommt und dieses zu einem zunächst einmal sehr niedrigen Preis ansetzt und dann im Laufe der Zeit den Preis langsam anhebt. Es gibt aber auch umgekehrt. Man könnte auch mit einem hohen Preis ansetzen und diesen Preis dann im Laufe der Zeit langsam senken. Es spricht etwas für die eine und für die andere Vorgehensweise. Das erkläre ich euch, wie gesagt, in einzelnen Videos nochmal genauer. Geht es bei den Preisabfolgestrategien darum, wie der Preis sich im Laufe der Zeit entwickeln soll, so geht es bei den Festpreisstrategien darum, wie wir unser Produkt beim Preis im Markt festsetzen wollen. Das heißt, ob wir eher darauf abzielen, einen sehr hohen Preis langfristig dafür zu erzielen, dann hätten wir ein Premium-Produkt und dann einen Premium-Preis oder wollen wir immer sehr günstig im Markt sein, das heißt also unser Produkt zu sehr günstigen Preisen anbieten und hier seht ihr, das sind zwei grundsätzliche Strategien, die man verfolgen kann. Letztendlich bieten wir unser Produkt ja nicht alleine an, sondern bei den meisten Märkten haben wir einen starken Wettbewerb und da spielt der Preis natürlich dann eine wichtige Rolle im Wettbewerb. Da gibt es verschiedene Strategien, zum Beispiel die Preisführerschaft, die Kostenführerschaft, der Preisfolger. Beim Preisführer ist das zum Beispiel so, dass wir eine besondere Stellung im Markt haben und hier die Wettbewerber unserer Preisstrategie folgen. Beim Kostenführer versuchen wir immer der günstigste im Markt zu sein, beim Preisfolger verfolgen wir einen anderen Wettbewerber. Letzten Endes spielt dann auch noch die Preisdifferenzierung eine Rolle. Ich werde euch in Videos zeigen, dass man zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen für ein und dasselbe Produkt unterschiedliche Preise verwendet. Wenn ihr euch jetzt mal den Punkt Preispolitik anschaut, dann könnt ihr hier erkennen, dass es hier ja letzten Endes immer um den Preis geht. Aber beim Preisspielen auch noch andere Größen eine Rolle. Ich sage euch mal Stichpunkt Rabatte, Skonto, also die Zahlungsbedingungen. Und deswegen wird die Preispolitik häufig auch als Preis- und Konditionenpolitik bezeichnet. Wie bei der Produktpolitik, die man ja häufig auch als Produkt- und Programmpolitik bezeichnet, habt ihr das hier bei der Preispolitik, die man dann um die Konditionenpolitik ausweiten kann. Das heißt, letzten Endes spielen ja auch die Konditionen, die mit dem Kunden vereinbart werden, eine Rolle bei der Preisfindung. Überlegt euch mal, wenn ich zum Beispiel Lieferbedingungen anpasse und frei Haus liefere, dann kostet die Lieferung den Kunden nichts und letzten Endes hat diese Konditionen dann auch Auswirkungen auf den Preis. Wie der Begriff es schon ableiten lässt, geht es darum, dass man Informationen an Kunden abgibt, also mit diesen kommuniziert. Jetzt denken viele, es geht hier bestimmt um die klassische Werbung. Das ist auch nicht ganz falsch. Es geht schon um die klassische Werbung über Werbemedien, also über Zeitungen, Radio, Fernsehen. Aber das ist natürlich nicht alles. Kommunikationspolitik bezieht sich auf weitaus mehr. So geht es auch um die sogenannte Verkaufsförderung, die man auch Sales Promotion nennt und um die Öffentlichkeitsarbeit, auch Public Relations genannt, das Sponsoring, den persönlichen Verkauf, also auch das Direct Marketing, das Product Placement, natürlich auch das E-Commerce, also die Internetpräsenz, den Verkauf über das Internet und letzten Endes spielen auch Messen und Ausstellungen eine Rolle. Wie gesagt, das erkläre ich euch in einzelnen Videos nochmal ganz genau. Wenn ihr euch das mal anschaut, geht es aber immer darum, dass der Kunde mit Informationen versorgt wird. Bei der klassischen Mediawerbung zum Beispiel ein Werbespot im Fernsehen für dieses Auto läuft. Bei der Verkaufsförderung, dass man zum Beispiel Mitarbeiter besonders schult, die dann dieses Autokunden besser erklären können. Die Öffentlichkeitsarbeit, das ist zum Beispiel ein Tag der offenen Tür oder eine Publikumszeitschrift, damit der Kunde ein Vertrauen zum Produkt oder zum Unternehmen bekommt. Sponsoring kennt ihr bestimmt aus dem Sportbereich, ja, dann läuft dann eine Fußballmannschaft mit der Marke oder dem Unternehmensnamen herum. Dann den persönlichen Verkauf, auch dazu erkläre ich euch, wie gesagt, nochmal ein bisschen was genauer. Das Product Placement kennt ihr vielleicht aus dem Kino oder aus Filmen allgemein. Da wird unser PKW in eine Filmhandlung eingebaut. Wie gesagt, diese Punkte erkläre ich euch in einzelnen Videos nochmal genauer. Beim vierten Marketinginstrument der Distributionspolitik geht es darum, wie kommt unser Produkt eigentlich nachher letzten Endes zum Endkunden. Das Wort Distributionspolitik, das ist immer ein bisschen kompliziert für euch, ja, das findet ihr immer ein bisschen unpraktisch, weil das ein lateinisches Wort ist, distribuere, ja, das heißt verteilen, das nennt man also auch Verteilungspolitik. Nennt das Ganze einfach Vertriebspolitik, damit ihr das euch besser merken könnt. Aber wie gesagt, der Fachbegriff ist Distributionspolitik. Im Rahmen der Distributionspolitik wird es also zunächst einmal darum gehen, welchen Absatzweg wählen wir eigentlich. Denkt also dran, wie kommt das Produkt vom Hersteller zum Kunden. Beim Absatzweg unterscheidet man zum Beispiel zwischen direkt und indirektem Absatzweg. Das heißt, es könnte sein, dass der Kunde das Produkt direkt beim Hersteller kauft, dann hätten wir einen direkten Absatz. Oder wir wählen hier Absatzmittler oder Absatzhelfer, das heißt zum Beispiel den Einzelhandel. Das heißt, unser Auto könnte man zum Beispiel bei einem selbstständigen Kaufmann, also einem Händler, vor Ort kaufen. Eine weitere Überlegung im Rahmen der Distributionspolitik ist auch die sogenannte Absatzbreite. Das heißt, wollen wir, dass möglichst viele Kunden dieses Produkt kaufen können oder wollen wir einen Exklusivvertrieb durchführen? Das heißt, auch das werden wir uns hier im Rahmen der Distributionspolitik ein wenig genauer anschauen. Und letzten Endes gehört zur Distributionspolitik auch der physische Transport. Das heißt, hier wird man sich darum beschäftigen, auf welchem Weg Weg kommt eigentlich das Produkt zum Kunden. Dabei geht es also weniger darum, hier den Absatzweg zu bestimmen, sondern den tatsächlichen Transport zu organisieren. Also zum Beispiel beim Auto ist das jetzt nicht so problematisch, aber bei Produkten, die verpackt werden müssen, mit welchen Transportmitteln soll das vorgenommen werden? Gibt es besondere Umverpackungen, wenn man mal an das Thema Recycling denkt? Wie gesagt, auch hierzu gibt es besondere Videos zur Distributionspolitik. Letztendlich stellt sich wie immer die Frage, warum man solche Begriffe lernen muss. Wenn ihr jetzt mal überlegt, es geht ja hier darum, dass ihr versteht, dass Unternehmen vier grundsätzliche Möglichkeiten haben, im Rahmen des Marketing aktiv zu werden. Jetzt habt ihr vielleicht erkannt, dass die einzelnen Instrumente natürlich nicht isoliert betrachtet werden können, sondern dass hier Zusammenhänge bestehen. Ich gebe euch dazu mal ein Beispiel, wenn ein Unternehmen ein qualitativ hochwertiges Produkt im Markt anbietet, das ist also eine Entscheidung der Produktpolitik, dann muss es sich auch überlegen, welcher Preis ist denn dann sinnvoll? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein qualitativ hochwertiges Produkt, was vielleicht im Premium-Segment angeboten werden soll, das verträgt sich schlecht mit einer Preispolitik, bei der man niedrige Preise anstrebt. Und jetzt seht ihr das, Produkt und Preispolitik müssen schon mal irgendwie aufeinander abgestimmt werden. Das gleiche gilt dann auch für die Kommunikationspolitik. Die Kommunikationspolitik wendet sich ja an den Konsumenten, der erhält Informationen. Jetzt könnt ihr euch also mal überlegen, ein Produkt, was hochqualitativ ist und zu einem hohen Preis angeboten wird, das wendet sich natürlich an besondere Käuferschichten und da muss man im Rahmen der Kommunikationspolitik natürlich besondere Maßnahmen betreiben. So und letzten Endes ist das auch mit der Kommunikationspolitik so, das heißt also Produkte, die exklusiv vertrieben werden, da muss man natürlich einen besonderen Distributionskanal wählen und dann seht ihr, dass auch die Distributionspolitik eine richtige Rolle spielt. Die optimale Abstimmung aller Marketing-Instrumente nennt man auch das sogenannte Marketing-Mix. Und jetzt seht ihr, letzten Endes geht es natürlich darum, dass ein Unternehmen die Marketing-Instrumente so gestaltet, dass sie optimal aufeinander abgestimmt werden und dass hier ein optimales Ergebnis im Rahmen des Marketing-Mix folgt. Wenn ihr euch die vier Marketing-Instrumente zu Beginn schlecht merken könnt, bietet sie sich häufig auch an, dass man die Marketing-Instrumente als die vier großen P's bezeichnet. Für Produktpolitik steht also der englische Begriff Product. Für Preispolitik der englische Begriff Price. Für Kommunikationspolitik der englische Begriff Promotion. Und für Distributionspolitik der englische Begriff Place. Vielleicht hilft euch das ja am Anfang ein bisschen besser, euch diese Fachbegriffe merken zu können. Ich hoffe, dieser kleine Überblick hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt, worum es geht und ihr schaut euch dann vielleicht nochmal die einzelnen Videos zu den einzelnen Marketing-Instrumente und zu einem erfolgreichen Marketing-Mix an. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, tschüss!